Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Planescape Torment. Beim letzten Mal Leute, haben wir die untergegangenen Nationen fertig erkundet und dabei gleich unsere beiden Missionsziele gefunden, nämlich zum einen die Bronzekugel für Farod und zum anderen die Karaffe des Endlosen Wassers für Gleif das Gesicht aus Stein, die wir den beiden ja mal in der nächsten oder übernächsten Aufnahme mal vorbeibringen können. Aber bei unserer Erkundungstour ist uns hier unten in der Ecke ein versiegelter Durchgang aufgefallen und der Namenlose hatte ein paar Gedanken dazu, als wir uns ihm genähert haben, nämlich er konnte sich daran erinnern, dass was auch immer sich hinter diesem Durchgang befindet, gefährlich sei, gefährlich für seine Gefährten und wenn er dort hineingehen sollte, dann muss er das alleine tun. Und das werden wir jetzt auch machen, allerdings bevor ich das tue, muss ich mein Inventar ein wenig ausleeren, denn wir werden da drin einen freien Kofferraum brauchen, um es mal umzuformulieren. Deswegen so viel Kram wie möglich, den ich mit rumschleppe, einmal ganz kurz an meine beiden Packmulis übertragen. Sekunde. Ich weiß, theoretisch könnte ich die ganzen Quest-Items, die ich jetzt gerade hier habe, auch irgendwie an Mord und Dacon rübergeben, aber ich bin irgendwie immer so der Typ, der ungerne Quest-Gegenstände aus seinem eigenen Inventar rausgibt. Ich weiß auch nicht. Sie könnten ja verloren gehen oder sowas und dann würde ich sie niemals wiedersehen und wir könnten die Quest nicht erfüllen und ihr würdet mich alle anschreien und ich wäre ganz, ganz traurig. Wieder zurück zum Text. Gehen wir hinein. Und sobald wir diese Gruft betreten, sind wir automatisch allein. Wir müssen nicht vorher irgendwie Mord und Dacon sagen, dass sie da draußen warten sollen, zum Glück. Und dann sind wir hier drin, in einer ziemlich großen Gruft, muss ich sagen, wenn man das mal mit der Krypta oder mit den Krypten vergleicht, in denen wir waren. Die einzige, die halbwegs ähnlich groß wäre, wäre wahrscheinlich die Krypta der Verstümmelung gewesen, meiner Meinung nach. Ansonsten, wenn man sich die Karte mal anschaut, von dem Teil der Gruft, die wir bis jetzt sehen können, ist das nur hier oben. Und ich kann euch schon voroprophezeien, die Gruft ist ungefähr so groß, wie ich es hier gerade mit der Maus umzirkle. Von daher, was auch immer sich hier unten drin befindet, dürfte wohl so einiges an Wert haben. Und man kann nur hoffen, dass die Sammler von Fahrrad noch nicht bis hierhin vorgedrungen sind. Denn wenn ich die Leichen sehe, waren hier schon Leute drin. Das steht fest. Die Frage ist, ob sie auch alles mit rausnehmen konnten. Geschweige denn lebendig, weil die beiden Herren haben es ja offensichtlich nicht rausgeschafft. Was haben wir denn hier? Wir haben ja noch einen Pott, der leer ist. Yay. Bala. Okay, offenbar gibt es hier drin auch schon einige Fallen, auf die ich treten kann, wenn ich nicht vorsichtig bin. Sehr gut zu wissen. Und hier oben haben wir eine Tafel. Eine Endschrift. Endlich habe ich dich. Du wirst mich nie wieder quälen, denn kein Mensch kann diesen Mauern entkommen. Suche die Schlüssel und nimm den Tod mit jedem an, den du finden wirst. Nur dann wirst du frei sein. Okay. Irgendjemand hat geschrieben, dass er ihn endlich hat. Das heißt, das hier ist wohl so eine Art Falle? Schon gut. Oder wie soll ich das verstehen? Kann ich hier wieder raus? Verschlossen. Ne, natürlich nicht. Wenn wir einmal hier drin sind, ist die Tür zu und wir müssen das Rätsel dieser Gruft lösen. Ansonsten kommen wir nie wieder hier raus und müssen das Spiel auf Ewigkeiten hier verbringen. Versuch gescheitert. So ähnlich wie jetzt, wenn wir auf dem schweigenden Thron sitzen würden. Nur ohne Kohlekatzin. Na gut, dann bewegen wir uns doch mal vorwärts und versuchen... Ich benutze das Wort versuchen, denn ich weiß genau, was jetzt passieren wird. Wir versuchen mal das Zentrum der Gruft zu betreten, was durch diesen Gang hier geht. Schon gut. Oh oh, hier wollte ich nicht hin. Und dann passiert das. Diese Gruft ist sehr, sehr speziell und ich muss sagen, also ich möchte die Entwickler dafür in den höchsten Toben gen Himmel loben. Nun, das klang irgendwie reimerisch, aber gut. Cooler Nebeneffekt. Ich möchte wirklich ein großes Lob an die Entwickler aussprechen. Wenn man diese Gruft hier in puncto Rätseldesign. Es gibt ja, wenn man mal drüber nachdenkt, es gibt nicht sonderlich viele Welträtsel wie diese hier in Planescape Torment. Die einzigen, die mir vielleicht noch einfallen würden, wären ein gewisser sich verändernder Würfel zum Beispiel. Und ich glaube im späteren Verlauf noch irgendwas mit einem gewissen Engel. Aber ich will natürlich jetzt nicht zu viel spoilern für die, die es noch nicht so sehr wissen, was nachher passiert. Auf jeden Fall, wenn man das hier mal mit anderen Rollenspielen vergleicht, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, sowas wie Baldur's Gate. Oder wenn man von der alten Kohorte mal nimmt, die ich euch ja mal gezeigt habe, ganz, ganz früher Neverwinter Nights. Die meisten Rollenspiele mit so einer Top-Down-Ansicht haben ja in der Regel nur sowas wie Schalterrätsel. Im Sinne von Finde-Schalter A und geheime Wand B geht auf. Oder drücke diese drei Schalter in der richtigen Reihenfolge, damit sich Tür XYZ vielleicht mal für fünf Sekunden öffnet, damit du durchrennen kannst. Diese Gruft hier ist da schon ein ganzes Stückchen anders. Und wenn man die Hinweise hier drin übersieht, wie zum Beispiel hier oben diese Schrifttafel, die ich ehrlich gesagt erst auch selbst vor kurzem wiederentdeckt hatte. Ich hatte ganz vergessen, dass die hier oben rumsteht. Dann kommt man hier so schnell nicht raus. Und das ist mir auch als Stöpken an meiner Jugendzeit damals passiert, als ich das Spiel das erste Mal entdeckt hatte. Ich kam hier nicht mehr aus. Ich kann mich gut daran erinnern. Ich kam hier einfach nicht weiter, weil ich keine Ahnung hatte, dass man den Tod des Namenlosen ausnutzen kann, um voranzukommen. Was ich euch jetzt zeigen werde. Dafür untersuchen wir kurz diesen Sarkophag, in dem sich ein Gruftschlüssel befindet. Ich bin weg. Die Tafel da oben hat ja eben schon was von Schlüsseln gesagt. Mal gucken, was die Beschreibung zu diesem hier sagt. Dieser Schlüssel kommt dir irgendwie bekannt vor. Während du ihn hältst, wird dir sein Zweck plötzlich klar. Er soll dich zu einer der inneren Kammern der Gruft in den Katakomben der weinenden Steine teleportieren. Aber nur, wenn du ihn in der Eingangspassage verwendest. Wenn du erst einmal in der Kammer bist, nutzt er denn nichts mehr. Wenn du irgendwie wieder zurück in die Eingangskammer gelangen könntest, könntest du vielleicht mit dem Schlüssel an eine andere Stelle springen. Diese Beschreibung zusammen mit der von der Tafel am Anfang hier ist wirklich die einzige Möglichkeit hier rauszufinden mit ein bisschen Hirnschmalz. Ansonsten nur pures Austesten. Und damals habe ich ja, wenn, also damals habe ich Rollenspiele in der typischen Rollenspielmanier gespielt. Wenn ich gestorben bin, dann habe ich das Spiel neu geladen. Hier muss man sterben. Hier muss man mal wieder die Unsterblichkeit des Namenlosen ausnutzen. Denn, wer es noch nicht erraten hat, allein schon wegen der Texte und der Tatsache, dass diese Gruft an den Erinnerungen des Namenlosen rüttelt. Diese Gruft hier, wie wir gleich noch erfahren werden, wurde vom Namenlosen höchstpersönlich, beziehungsweise von einem seiner früheren Leben gebaut oder in Auftrag gegeben und dient dazu, jemanden einzufangen, wenn man es richtig versteht, wie es ja auf der Tafel steht. Das Problem bei der ganzen Sache ist folgendes. Ihr habt es eben gesehen, als ich versucht habe, hier durch diesen Gang den zentralen Teil zu betreten. Sobald irgendjemand versucht, die Mitte zu erreichen, wird er einfach wieder zurück teleportiert. Egal was man versucht, sobald man hier versucht, diese äußeren Kammern hier zu verlassen und irgendwie zu flüchten, passiert das. Man wird immer wieder zurückgesetzt. Die einzige Möglichkeit, das zum Gehen, wie es hier auf dem Schlüssel stand, ist, dass man diesen Schlüssel im Inventar hat und sich der Mitte wieder vom Eingang aus nähert. Das heißt, ich müsste hier stehen, hier zur Mitte laufen und durch den Besitz des Schlüssels würde ich zu einem anderen Raum teleportiert werden. Das ist für Normalsterblichen aber nicht mehr möglich, denn ich setze jetzt hier drin eigentlich fest. Das würde auch gut erklären, warum hier so viele Leichen rumliegen. Die lieben Sammler, die sehr wahrscheinlich von Farod stammen oder es vielleicht sogar auf eigene Forst mal versucht haben, die sind hier einfach reingestolpert und sind danach nicht mehr lebendig rausgekommen. Deswegen hat der Namenlose da einen kleinen Trick für sich selbst eingebaut, um dieser Krypta eben selbst auch entkommen zu können. Und zwar dieses Symbol hier auf dem Boden, was ich die ganze Zeit schon umtänzle. Ihr habt dieses Symbol wahrscheinlich schon gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob im Spiel hier selber, aber wahrscheinlich am ehesten in den Thumbnails, die ich für dieses Let's Play benutze. Der Namenlose trägt dieses Symbol auch auf seiner, ich glaube, linken Schulter. Moment, wir gucken mal. Ja, es müsste seine linke Schulter hier sein. Man kann es jetzt gerade leider nicht sehen, dass hier auf der rechten Schulter ist dieses komische Tattoo mit dem Frauenkopf, der irgendwie auf einem Schlangenkörper oder so aus abgebildet ist. Ich kann es ja mal einblenden, das Bild, was ich jetzt über Google ganz spontan, wo ich raussuche. Das ist das zweite Tattoo von Planescape Torment, was relativ bekannt ist. Aber dieses Symbol hier auf dem Boden ist das Symbol der Folter, das Symbol of Torment, das der Namenlose ebenfalls als Tattoo mit auf seinem Körper trägt. Und wenn man dieses Symbol hier, diesen mittleren Teil betritt, passiert Folgendes. Eine echt tolle Erfahrung, würde ich meinen. Wenn man den Mittelteil dieses Folter-Symbols betritt, wird man von einer ziemlich heftigen Blitzfalle getroffen. Und ich glaube, nur auf einem höheren Level mit mehr Zauberresistenz wäre es möglich, da einem Tod zu widerstehen. Es ist möglich, aber es ist ja nichts in der Sache. Mit Hilfe dieser Todesfalle können wir immer wieder zum Eingang zurückspringen. Und jetzt, wo wir den Gruffschluss im Inventar haben, können wir in eine andere Kammer kommen. Nämlich die hier rechts unten. Und sobald man diesen Trick ein einziges Mal im Kopf raus hat, sobald es Klick gemacht hat, dann ist dieses ganze Prinzip hier eigentlich so leicht. Man schlägt sich wirklich vor den Kopf und denkt sich, warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Aber ich meine, auch wenn wir im Spielverlauf merken, dass wir unsterblich sind, ist es ja nicht unbedingt dafür automatisch klar, dass man den Tod des Namenlosen ausnutzen muss, um sich immer wieder zum Eingang zurückzuteleportieren, um den Rest dieser Gruff zu erkunden. Deswegen, das war mir damals nicht unbedingt intuitiv. Aber trotzdem. Also, ich weiß nicht, was ihr davon denkt. Ich ziehe diesen Kommentar, den ich am Ende der Folgen immer sage, jetzt mal vor. Ihr braucht mir jetzt diesmal keinen Daumen nach oben oder von mir aus auch nach unten zu geben. Wenn ihr es nicht wollt, natürlich. Aber ansonsten wäre es mir ganz recht. Schreibt vielleicht mal einen Kommentar dazu, was ihr denkt, nur von diesem Raum hier im ganzen Spiel. Von mir aus einen Daumen nach oben, wenn er euch gefällt. Oder einen Daumen runter, wenn ihr damals auch so viele Probleme hattet, wie ich, als ihr hier angekommen seid. Ansonsten würde mich eure Meinung wirklich mal freuen. Das ist eine der wenigen Räume in Planescape Torment, wo man mit so einer Kopflust konfrontiert wird. Aber sie trägt so ungemein zur Atmosphäre bei, wie ich finde. Deswegen. Nein, das war nicht das letzte Mal. Darauf kannst du wetten. Deswegen liebe ich diese Stelle. Nicht nur wegen des Rätseldesigns, sondern. Dieses Geräusch erschreckt mich jedes Mal. Dieses Geräusch von der fliegenden Farbkugel ist so. So, 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 so creepy so ein bisschen. Okay, das war ganz schlecht nach. Hört ihr mal auf. Das war ganz schlecht nachgemacht. Aber dieses, dieses, dieses hohe Geräusch als. Fast schon vergleichbar, wie als wenn man mit einer Tafel mit den Fingernägeln kratzt oder sowas. Das erschreckt mich jedes Mal, wenn es auf mich zugeflogen kommt als Falle. So, jetzt nehmen wir noch den letzten Schlüssel an uns. Ich glaube, wir müssen noch mal zur Eingangspassage zurück. Auch wenn wir den letzten Schlüssel im Eventar haben, oder? Ja, genau. Noch mal in die Blitzfalle reinlaufen. Kein Blitz. 55 Lebenspunkte hätten wir nur verloren. Wenn ich jetzt gerade nicht in die kleineren Fallen gelaufen wäre, hätte ich das sogar überlebt. Es ist also auch schon auf diesem Level, wo sind wir gerade? Level 7, ne? Ja, also auf Level 7, 8 ist es auch schon möglich, der Todesblitzfalle zu widerstehen. Aber ich mag diese Gruft hier nicht nur wegen ihres Rätseldesigns, sondern auch vor allem wegen diesem Raum hier. Aber machen wir erstmal eins nach dem anderen und wir gehen schrittweise jetzt vor. Wir sehen hier drin einen riesengroßen Sarkophag. Zumindest für meine Verhältnisse riesengroß würde ich mal meinen. Du versuchst mit aller Kraft den Deckel des Sarkophags zu öffnen, doch deine Bemühungen sind umsonst. Er scheint fest verschlossen zu sein. Gut, dann sehen wir uns erstmal im Rest des Raumes um, denn wir haben hier, genau wie am Eingang, ebenfalls eingeritzte Tafeln, wie es scheint. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die erste Tafel dort oben und diese ganze Gruft hier vom Namenlosen ist, dann bin ich gespannt, was hier drauf stehen könnte. Wir werden es nachher an den anderen Texten noch sehen. Das beweist eigentlich schon, dass diese Krypta hier vom Namenlosen gebaut wurde, aber ich denke mal, die restlichen Texte belegen das zur Genüge. Untersuchen wir mal die Tafel. Die Tafel ist meisterlich gefertigt. Du glaubst, dass man sie in die Wand schieben kann. Aha, versuchen wir das doch mal. Ohne das leiseste Geräusch gleitet die Tafel in die Wand. Da hörst du ein Klicken von dem Sarkophag hinter dir. Oh, hat sich das Ding jetzt etwa geöffnet durch diese Aktion? Nein. Denn wir müssen erst einmal mit allen diesen Tafeln interagieren. Eine interessante, sagen wir mal, eine interessante Vorgehensweise des Namenlosen hier in seiner eigenen Krypta, denn diese Tafeln sollen sozusagen als Informationsquellen für spätere Leben dienen. Das heißt, wenn wir unser Gedächtnis verloren haben, so wie es jetzt nach unserem letzten Auferstehen in der Leichenhalle der Fall war, dann können wir zumindest einen Teil sehr interessanter Informationen von diesen Schrifttafeln hier gewinnen. Und die Inkarnation des Namenlosen, die diese Gruft hier erbauen ließ, hat dafür gesorgt, dass man hier, oder dass er hier nur wieder rauskommt, wenn er zumindest einmal alle diese Tafeln hier in die Wand geschoben hat. Und dann eben wahrscheinlich auch gelesen haben muss, wenn er das Gedächtnis verloren hat. Eine richtig geniale Idee, wie ich finde. Tafel Nummer 2 Das haben sie gesagt. Du bist geteilt worden. Du bist einer von vielen Männern. Du trägst viele Namen und jeder hat Narben in deinem Fleisch hinterlassen. Der Verlorene, der Unsterbliche, das Inkarnationsende, Mann der Tausendtode, der zum Leben Verdammte, der Rastlose, einer von vielen, der, den das Leben gefangen hält, der Schattenbringer, der Verwundete, der Qualenbringer, Jemeth. Das erschöpft mich langsam. Wir müssen schon einige Zeit am Leben sein, damit wir so viele Spitznamen zugesprochen bekommen haben. Vor allem Jemeth. Ich habe keine Ahnung, woher Jemeth kommt. Na gut, Adan haben wir uns wahrscheinlich auch einfach nur irgendwo aus dem Hut gezogen. Von daher, warum nicht Jemeth, ne? Diese Tafel ist ebenfalls sehr gut gearbeitet. Das Werk eines wahren Meisters. Und wir können sie natürlich auch in die Wand schieben, was wir jetzt tun. Was wir mit den anderen Tafeln auch tun werden. Deswegen direkt weiter zur Tafel Nummer Dry. Daran kann niemand etwas ändern. Erinnerungen sind verschwunden, vielleicht auf Nimmerwiedersehen. Mit jedem Tod verliere ich einen Teil meiner selbst. Wie kann jemand unsterblich sein und dennoch sterben? Er hat mir gesagt, dass mein Geist mit jedem Tod schwächer wird. Ich fragte ihn, wie das sein könne, aber er konnte es mir nicht beantworten. Er war nutzlos. Ich habe ihn kalt gemacht, damit keine andere Inkarnation je Nutzen aus seiner Nutzlosigkeit ziehen kann. Mit jedem Tod verlieren wir einen Teil unserer selbst, eben unser Gedächtnis. Was interessant ist, wenn man darüber nachdenkt, denn seitdem wir aus der Leichenhalle entkommen sind, scheint das nicht mehr so richtig für uns zu gelten. Denn ich bin jetzt ja inzwischen hier drin, wenigstens dreimal und zu Vorführzwecken in den Gedankenlabyrinthen, glaube ich war das. Ne, in den Totenlanden. In den Totenlanden bin ich auch einmal gestorben und seitdem scheint unser Gedächtnis darunter nicht gelitten zu haben, komischerweise. Vielleicht hat sich irgendetwas geändert, seitdem diese Gruft erschaffen wurde, seitdem diese ganzen Informationen hier zusammengetragen wurden, für uns. Ob das gut oder schlecht ist, keine Ahnung. Vielleicht haben wir das Ende erreicht und können jetzt nicht mehr unsere Erinnerungen verlieren. Vielleicht, weil wir schon zu viel verloren haben, wer weiß das. Ich habe durch meinen Mörder ganze Leben verloren. Ich kann ihn nicht täuschen, also muss ich ihn töten. Ich habe versucht, ihn von meiner Fährte abzubringen. Ich habe falsche Leichen hinterlassen, die ich so zugerichtet habe, dass sie ihn zufriedenstellen sollten. Ich bin durch die äußersten Ebenen gezogen, in der Hoffnung, die Distanz als ein Schild zu benutzen. Ich habe dieses Grab gebaut und mit Fallen versehen, damit der Mörder darin umkäme. Ich habe mich versteckt. Ah, okay, das heißt, das hier bezieht sich wahrscheinlich auf die Tafel, die wir am Eingang gesehen haben. Der Namenlose wurde von einem Mörder verfolgt. Einem ziemlich cleveren, wenn sogar ein Unsterblicher sich dermaßen vor ihm verstecken musste und ihn in eine so teuflische Falle locken wollte. Leider Witzker. Na gut. Ich habe mir nur ein wenig Zeit erkauft. Die Angriffe beginnen unweigerlich von Neuem, heftiger als zuvor. Täuschungsmanöver sind zwecklos. Irgendwie weiß der Killer immer, dass ich lebe. Egal wo auf den Ebenen ich mich verstecke, er findet mich. Und dieser Killer muss einiges drauf haben, wenn er nicht nur über die Ebenen hinweg, sondern auch an dieser Todesfalle hier vorbeikommen sollte. Also zumindest, ja gut, eine der Leichen hier drin könnte die Leiche des Mörders sein, aber bis jetzt scheint ihn das nicht davon abgehalten zu haben. Und naja, jetzt dürfen wir nochmal einen Ticken vorsichtiger sein. Wir sind zwar im Stock bisher nur den üblichen, mordlustigen Schlägern über den Weg gelaufen. Keiner, der uns wirklich offenbar mit einem Komplott in den Rücken stechen wollte. Eigentlich steckt man Leute mit einem Messer in den Rücken, aber ein Komplott kann dabei auch helfen. Auf jeden Fall, die Tatsache, dass ein Mörder hinter uns her ist, ist natürlich nicht wirklich beruhigend. Sagen wir es mal so. Äh, ich glaub die hatten wir gerade, ne? Ja, das heißt, jetzt gehen wir zu der Tafel hier. Ich vermute, dass wir so lange sterben und wiedergeboren werden, bis wir unser Leben richtig leben. Ich weiß jedoch nicht, wie wir das herbeiführen können und genau darin liegt meine Frustration begründet. Sind wir in einer Art Kreislauf des Schicksals gefangen? Wenn ich das recht verstehe, haben einige Inkarnationen fürchterliche Verbrechen begangen. Es gab jedoch auch eine Reihe von Inkarnationen, in denen wir uns ausschließlich für das Gute abgerackert haben. Sind diese Inkarnationen als Strafe gedacht? Ich weiß es nicht. Und dies ist die einzige wirkliche Wahrheit, die ich in diesem Ritzzeichnungen anbieten kann. Ich weiß es nicht. An welchem Punkt trennt sich das Ich vom Wir? An welchem Punkt bin ich von den Fesseln der Taten der anderen Inkarnationen befreit? An welchem Punkt darf ich Ich sein, ohne die Last dieser vergangenen Leben? Das ist verdammt interessant, wenn man bedenkt, dass es weist so ein bisschen darauf hin, wie lange der Namenlose schon als Unsterblicher durch die Welt wandelt. Wir haben eben hier drüben gesehen, wie viele Namen wir im Laufe der Zeit schon angesammelt haben. Und hier wird beschrieben, wie einige Inkarnationen fürchterliche Verbrechen begangen haben und eine Reihe von Inkarnationen sich für das Gute abgerackert hat. Wenn ich mal davon ausgehe, dass einige Inkarnationen es mehrere Jahre lang durchgehalten haben, am Leben zu bleiben und nicht, wenn sie von den Toten wieder auferstanden sind, direkt mit einem Schlagstock von hinten über den Schädel gezogen wurden, um vom erstbesten Schläger wieder ausgeraubt zu werden. Dann kann man davon ausgehen, dass dieser Kreislauf sich schon seit wenigstens Jahrzehnten, mindestens vielleicht sogar seit einem Jahrhundert wiederholt. Denn Dahl hat ja zum Beispiel auch uns, als wir ihn getroffen haben, gesagt, dass er uns bereits sehr, sehr lange kennt und wir sehr, sehr lange immer wieder mit denselben Fragen bei ihm auftauchen. Das ist, ja, nicht gerade motivierend, wie lange wir schon in diesem Zustand durch die Welt gaukeln. Nun gut. Ah, wir haben noch drei Tafeln vor uns. Es ist äußerst wichtig, dir Aufzeichnungen deiner Reisen anzulegen, damit du aus ihnen lernen kannst. Noch wichtiger ist jedoch, dass die Informationsquellen, die du zur Aufdeckung dieses Rätsels verwendest, geschützt werden müssen, sobald sie gefunden sind. Wenn Schlüsselpersonen, Dokumente oder Orakel entweder durch Tod oder Zerstörung verschwinden, wirst du niemals wissen, wer oder was du bist und wie du so geworden bist. Das heißt, wir stehen auch unter einer Art gewissen Zeitdruck. Denn, wie gesagt, wenn meine These stimmt, dass wir bereits seit Jahrzehnten unterwegs sind, dann ist diese Aussage, wenn Personen sterben und Dokumente zerstört werden, ist mehr wahr und gefährlicher, als man es anfangs annehmen könnte. Wenn das hier schon ein Jahrhundert lang geht, dann haben wir bereits die Durchschnitts-, nein, die maximale, äh, circa Lebensspanne eines Menschen überschritten und diverse Leute sind schon gestorben, die wichtige Informationen für uns parat gehabt hätten. Und im Stock, ich meine, wie lange halten sich hier Dokumente niedergeschrieben? Äh, die werden wahrscheinlich jeden dritten Tag als Feuerpapier verwendet oder sowas in der Richtung. Je länger wir brauchen, um dieses Rätsel unserer Unsterblichkeit zu lösen, desto geringer ist die Chance, dass wir das schaffen. Geschweige denn natürlich mit unserem Gedächtnisverlust, der uns auch noch irgendwo in den Nacken hängt. Und eine Mörder und, ach je, Mene, also, äh, wenn wir nicht langsam mal dahinter kommen, was hier eigentlich vorgeht, dann werden wir wahrscheinlich niemals den, äh, wahren Tod finden. Ich weiß nicht, ob der Namenlose das überhaupt möchte, er möchte eigentlich nicht mehr unsterblich sein, aber ich tippe mal, der wahre Tod kommt doch relativ nah dran an das, was der Namenlose wollen würde. Äh, dich hatten wir jetzt gerade... Ne, halt, dich hatten wir nicht, ich bin doch gerade hier runtergelaufen. Okay. Diese Inschrift sieht wie die Anleitungen auf deinem Rücken aus, die Morte in der Leichenhalle vorgelesen hat. Ja, gut. Wir hatten das Ding ja in der ersten oder zweiten Folge schon vorgelesen, aber ich meine, zum Erinnerungen auffrischen, warum nicht? Ich weiß, dass du dich so fühlst, als hättest du ein paar Eimer Stücks Wasser getrunken, aber du musst dich konzentrieren. In deinem Besitz sollte sich ein Journal befinden, das ein wenig Licht in das Dunkel dieser Angelegenheit bringen sollte. Farod sollte den restlichen Plausch liefern können, wenn er nicht bereits im Totenbuch steht. Verlier das Journal nicht oder wir landen wieder im Stücks. Und was auch geschieht, erzähl keinem, wer du bist oder was dir widerfahren ist. Sonst schicken sie dich im Handumdrehen auf eine Pilgerfahrt ins Krematorium. Tu, was ich dir sage. Lies das Journal und dann finde Farod. Ich hab's am Anfang des Let's Plays ja nicht erwähnt, weil wir damals noch nicht von unserem früheren Leben in diesem Ausmaß wussten. Aber man muss wirklich ein Kompliment aussprechen, wie klug unsere wahrscheinlich letzte oder eine unserer Dutzend letzten Inkarnationen war. Denk mal drüber nach. Wir sind Farod jetzt erst das zweite Mal über den Weg gelaufen, seitdem wir wieder, keine Ahnung, aber wahrscheinlich wieder in Siegel sind. Denn ansonsten hätte er uns darauf angesprochen, was wir schon wieder von ihm wollen und schon wieder ohne Gedächtnis vor ihm stehen, richtig? Und der Namenlose oder diese Namenlose Inkarnation wusste, wie schwierig es ist, an diese Informationen heranzukommen. Wir haben unser Journal verloren. Von daher alle Informationen, die wir dort drin gesammelt haben, sind schon mal verschitten gegangen. Aber etwas, was man uns so nicht nehmen kann, oder zumindest nicht allzu einfach, sind die Tätowierungen und die Narben auf unserem Rücken. Dieses vergangene Leben, diese Persönlichkeit hat so weit gedacht, sich eine Anleitung auf den Rücken zu tätowieren, damit diese nicht verloren gehen kann. In der Hoffnung, dass das nächste Leben, wenn es denn dazu kommen sollte, ist, um seine Chancen zu erhöhen. Weil man muss wirklich sagen, einige Inkarnationen des Namenlosen hatten verdammt was in der Birne. Na gut, dann machen wir weiter. Moment, zu deiner Überraschung steht da noch eine Zeile, eine, die dem Mord in der Leichenhalle nicht vorgelesen hat. Trau dem Totenschädel nicht. Okay. Mord, ich glaube, wir müssen uns nachher mal dringend unterhalten über die Sachen, die auf meinem Rücken stehen. Wir haben eine Zeile dort stehen, die sagt, dass wir keinen Totenschädel trauen sollen. Und welchem Totenschädel sind wir als erstes über den Weg gelaufen, nachdem wir von der Totenbank aufgestanden sind? Und wenn man mal so drüber nachdenkt, wir wissen bis jetzt nicht, was eigentlich die Motivation von Mord ist, uns immer noch zu folgen. Wir sind damals ja nur in der Leichenhalle, oder mit ihm zusammen, aus der Leichenhalle geflohen. Da kann ich noch nachvollziehen, dass ein fliegender Totenschädel vielleicht seine Chancen erhöht, wenn er mit jemandem unterwegs ist, der über zwei Arme und Beine verfügt. Und, äh, naja, okay, ich wollte gerade sagen, sympathischer aussieht als der fliegende Totenschädel selber, aber ich weiß nicht, ob Mord oder der Namellose mit seinen Namen wirklich sympathischer zueinander aussehen können. Aber auf jeden Fall, seitdem wir die Leichenhalle erfolgreich verlassen haben, welchen Grund hat Mord uns jetzt noch zu folgen? Wenn ich das hier lese, dann muss ich mich ehrlich fragen, was verbirgt Mord für uns? Was ist der Grund, warum er immer noch an unseren Fersen klebt? Das sollten wir ihn vielleicht gleich mal fragen, wenn wir da draußen sind. Nun gut, auf zur letzten Tafel. Das bisschen Leben, das es in der Welt gibt, läuft aus diesem Loch in meinem Körper aus. Mag die Welt brennen, mögen die Ebenen brennen, nur lass mich leben. Ich werde dieses Leben so schrecklich zerstören, es zerbrechen, es zerschlagen, es in Blut und Unrat tränken, damit auch du nicht leben kannst. Lass die ganze Schöpfung brennen, denn ich kann nicht sterben. Das ist eigentlich die einzige Tafel, wo ich mich so ein bisschen frage, warum sie hier ist. Oder zumindest fällt sie meiner Meinung nach ein wenig aus der Reihe. Denn sie gibt uns keine wirklichen Informationen preis, außer vielleicht, dass es damals eine Inkarnation des Namenlosen gab, die, naja, so ein bisschen den Verstand verloren hat und sich gedacht hat, wenn ich schon unsterblich bin, dann mache ich alles Leben um mich herum kaputt, denn ihr seid alle scheiße und irgendwer muss schon daran schuld sein, dass ich unsterblich geworden bin. Irgendwo ist da ja Logik hinter, würde ich sagen. Von daher, keine Ahnung, diese Tafel fällt für mich irgendwie ein bisschen aus dem Muster raus. Aber gut, ich werde mich beschweren, denn jetzt, wo wir alle Tafeln in die Wand gedrückt haben, können wir endlich den Sarkophag öffnen. Der Deckel des Sarkophags lässt sich leicht bewegen. Der Verankerungsmechanismus ist aufgebrochen. Jei! Öffnen wir ihn. Du öffnest den Sarkophag und entdeckst darin einen einzelnen Schlüssel. Es liegt keine Leiche darin und nichts von irgendeinem Wert. Toll, das heißt, es war doch schon jemand vor uns hier und hat das Ding geplündert oder wie? Hab meinen Tag. Na gut, wir nehmen den Schlüssel mit. Obwohl, wenn hier irgendein Grabräuber wirklich so weit gekommen wäre, hätte er wahrscheinlich den Schlüssel mitgenommen. Zumindest ich als Durchschnittsgrabräuber würde meinen, mit so einem Schlüssel könnte man wenigstens zum Beispiel die Haupttür hier vorne entriegeln, um wieder rauszukommen. Oder eben irgendeine Art von Schatzkiste vielleicht öffnen. Ich meine, damit Schatzkisten würde sich ja wiederum lohnen. Steht aber keine besondere Beschreibung mehr an dem dran. Na gut, bevor einer fragt, die anderen zwei Portal-Schlüssel, die wir seitdem eingesammelt haben, haben auch keine besondere Beschreibung. Nur der allererste gibt den Hinweis, wie man hier herauskommt. So, und jetzt, wo wir Schlüssel Nummer 4 in unserem Inventar haben, können wir aus dieser Gruft endlich entkommen. Dafür müssen wir nur versuchen, hier unten in Richtung des südwestlichen Raums zu laufen. Und dann werden wir in eine Extrakammer teleportiert, die sich, Moment, ich will die gerade hier oben kurz aufdecken, die sich hier unten neben den Haupträumen befindet. Und wenn wir so weit gekommen sind, dann können wir endlich ein wenig Beute einstauben. Denn in dieser Truhe hier befinden sich eine ganze Menge größere und kleinere Gegenstände. Ein Platz fehlt mir. Gut, ist nicht schlimm, denn wir können die Gruft-Schlüssel hier drinnen wieder ablegen, wenn wir so weit gekommen sind. Wir müssen sie nicht mit nach draußen schleppen. Und dann können wir die Truhe schließen. Sobald wir das machen, geht das Portal auf, mit dem wir aus diesem aus dieser Gruft endlich entkommen können. Damit tauchen wir wieder vor der Gruft auf. Unsere beiden Freunde, unsere Mitsteider, die sich gerade in umgekehrter Reihenfolge angeschlossen haben. Moment. Ne. So, Dankeschön, sehr viel besser. Lieber in gewohnter Reihenfolge. Das ist es einfach so Standard bei mir. So, jetzt haben sie sich uns automatisch wieder angeschlossen und wir sind zum Glück wieder draußen. Was für ein Abenteuer. So, bevor ich jetzt Mord mit den Tatsachen konfrontiere, gucken wir uns mal an, was wir gerade eben gefunden haben. Wir haben unter anderem neben einer Geweih-Axt und einer weiteren Pfeife aus dem Abgrund, die ich glaube ich mal d'accord zu stecken werde, weil er hat ja schon die erste, ja, hat er hier oben im Schnellzugriff. Kann man die eigentlich stapeln? Nein, kann man nicht. Ist wahrscheinlich so ein Zauberstab und deswegen kann man sie nicht aufeinander stapeln. Ist aber nicht schlimm. Ähm, wir haben noch bekommen einen weiteren Herz-Talisman, einen Leichenfliegen-Talisman. Ich glaube diesen Knochen, äh, Knoten, Entschuldigung, einen Knoten-Talisman haben wir ebenfalls bekommen. Der ruft ja Stärke hervor. Und jetzt kommen wir zu den drei interessanten Gegenständen aus dieser Truhe. Als allererstes haben wir eine Streit-Axt, eine plus-eins verzauberte Streit-Axt. Bei genauerer Betrachtung der Waffe entdeckst du ein seltsames Symbol, sehr schwach auf der Oberfläche des Axtkopfes. Wenn du daran mit deinem Finger entlang fährst, entlädt sich plötzlich ein elektrischer Strom und vor deinen Augen ändert sich der Kopf der Axt in ein silbrig wirkendes Metall. Die Schneide ist unglaublich scharf. Sie sieht beinahe so aus, als könne sie, wenn nötig, Stein spalten. Das Symbol, das du mit deinem Finger nachgezeichnet hast, glänzt nun stark. Und wenn das überhaupt möglich ist, ist die Axt sogar noch leichter geworden, sodass du sie jetzt fast einhändig führen könntest. Eine sehr gute Waffe, wie ich sagen möchte. Ich glaube nur die Axt aus Bar-Tor, die wir gefunden haben in den Gedankenlabyrinthen, wäre zu diesem Zeitpunkt vielleicht sogar besser. Und ich habe das Gefühl, irgendwie hier unten in den untergegangenen Nationen und den weinenden Steinen und benachbarten Gebieten, hat so ein leichter Axt-Fetisch übernommen. Ich meine, wir haben hier unten noch keinen einzigen, wirklich guten Dolch zum Beispiel gefunden. Vielleicht, oh hier ist ein Glücksmesse, aber das zählt ja als Questgegenstand. Von daher lasse ich das mal nicht gelten. Auf jeden Fall, wenn man Krieger ist als Namenloser und man ist hier unten unterwegs, dann findet man sicherlich die ein oder andere Waffe, mit der man sicherlich was anfangen kann. Und wenn wir schon mal bei Axten sind, dann haben wir gerade auch noch eine Zauberspruchrolle gefunden mit dem Zauberspruch, Spruch die Axt der Folter. Kurz runterscrollen, Moment. Wie aus den tiefen Bar-Tors sollen Folter und Qualen über deine Feinde gebracht werden und ihre Leiden sollen mit der Zeit nur stärker werden. Dieser Zauberspruch ist ebenfalls ein wenig zufallsabhängig, wie vorher schon zum Beispiel die Farbkugel, die wir gefunden haben. Denn dieser Zauber ruft eine Axt herbei, die erstmal nur 1 bis 8 Schadenspunkte zufügt. Allerdings hat sie dazu noch 4 zusätzliche, zufällig ausgewürfelte Effekte. Die gehen von 1 bis 8 Schaden, 2 bis 16 Schaden, Überlähmung sogar. Und dazu haben wir noch die Möglichkeit, wenn wir Stufe 9 und höher sind, nochmal 4 weitere Effekte draufzupacken. Oder 4 bis 5 sogar. Also wir kommen insgesamt auf 8 Effekte auf jeden Fall. Die dann wiederum über bis zu 40, bis zu 48, 64 Punkte Schaden gehen. Es ist sogar noch ein zufälliger Teletransport über bis zu, ich glaube hier 30 Meter oder sowas möglich. Oder nee, hier, Versteinerung haben wir sogar auch noch. Eieieiei. Also ich weiß nicht, was Planescape Torment oder vielleicht sogar allgemein die Dungeons & Dragons Reihe mit ihren zufälligen Zaubersprüchen hat. Also ich meine, das ist langsam schon ein bisschen auffällig. Mit hier, mit Farbkugel und das hatten wir noch. Ich glaube, nicht die Eismesser. Nee, die nicht. Aber zum Beispiel hier Elysiumstränen. Wie viel Schaden da rauskommen kann, wenn man mit 10 Meteoren um sie schießt, die alle 1 bis 4 Schaden verursachen könnten zum Beispiel. Oder ja. Also ihr wisst, was ich meine. Die Zauber, die wir bis jetzt gefunden haben, sind doch ein wenig zufallsabhängig und deswegen bin ich kein großer Fan von ihnen. Ich laufe lieber mit magisches Geschoss und Schwarmfluch rum. Da weiß ich, woran ich bin. Und ein Item haben wir eben noch gerade gefunden. Ein verdammt mächtiges Item. Eine blutige Träne, die uns leider absolut nichts nützen wird. Es ist nämlich die Träne von Saljeru Dei. Ein einzigartiges Artefakt, was unsere Konstitution um Plus 1 erhöhen kann. Wenn wir ein rechtschaffen guter Charakter wären. Hust. Was in diesem Let's Play niemals passieren wird. Diese glitzernde rote Träne wurde von dem gefolterten Harmonium-Offizier Saljeru Dei vergossen, als er auf der Harmonium-Heimatebene Ortho hingerichtet wurde. Er wurde fälschlicherweise für einen Mitschlied der verhassten Revolutionsliga gehalten, doch Saljeru Deis Gehorsam und Loyalität waren so groß, dass er die Anschuldigung seiner Vorgesetzten nicht widerlegen mochte. Im Augenblick seiner Hinrichtung fiel die Träne aus seinem rechten Auge und wurde zu Stein, als sie die Pflastersteine des Platzes berührte. Ironischerweise deckte später ein Anarchist den Justizirrtum des Harmoniums auf und brachte sie so in Misskredit. Seitdem werden die Tränen Saljeru Deis als Reliquien des Harmoniums angesehen und von der Revolutionsliga als eine Lektion über die Übel des kritiklosen Gehorsams benutzt. Ich muss nicht dazu sagen, wie genial diese Geschichte schon wieder ist. Ich meine, so ein kleiner Text hier für so ein Item, ach, ich liebe Planescape Torment wirklich immer mehr. Je desto weiter ich es spiele, desto mehr ich mich an diese Sachen erinnere, desto besser finde ich es. Aber wir werden dieses Item wahrscheinlich niemals benutzen können. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob einer der späteren Begleiter, die wir treffen werden, über einen rechtschaffen guten Charakter verfügt. Ich müsste es wirklich nachlesen. Und dann würde ich natürlich wieder ein bisschen was spoilern für euch. Ich glaube, ich werde die Träne im Inventar mit mir rumschleppen, bis wir an den Punkt angekommen sind. Aber ansonsten könnte ich es auch einfach beim Händler verticken, so wie die Äxte, die ich mit mir rumschleppe. Von daher ist das jetzt nicht so dramatisch. Also unser Ausflug da rein hat uns mehr geistiges Wissen beschert, als irgendwelche schnöden weltlichen Güter, Hust, Hust. Na gut, mein Inventar werde ich später wieder sortieren. Erstmal möchte ich noch zum Abschluss dieser Aufnahme mit Mord reden, über das, was wir da eben gerade mit dem Vertrauen gegenüber Totenschädeln erfahren haben. Was sagt er dir, Meister? Mord, kannst du mir bitte noch mal vorlesen, was auf meinem Rücken tätowiert steht? Ach, komm schon, Meister. Sag bloß, du hast es schon wieder vergessen. Ich muss nur einfach mein Gedächtnis ein bisschen auffrischen. Ich wette, dass ich das oft zu hören bekommen werde. Lass mal sehen. Gut, den Text werde ich jetzt nicht noch ein drittes Mal vorlesen in diesem Let's Play, von daher fahre fort, Mord. Mach ich ja, mach ich ja, warte. Mord hält einen Augenblick lang inne. Also gut, das letzte Stück. Bla 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 bla. Tu, was ich dir sage, lies das Journal und dann finde Farod. Weiter Mord, was kommt danach? Wovon redest du, Meister? Mehr gibt es nicht. Wie wäre es mit dem Trau-keinem-toten-Schädel-Teil? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Oh, dieser Teil am Ende. Nun, ich dachte, es ist ein Fleck, also habe ich diese Zeile nicht vorgelesen. Ach wirklich, und was bedeutet das? Glaubst du, es geht vielleicht um dich? Ich bezweifle es, Meister. Ich meine, du kannst mir vertrauen, oder? Mord, du lügst mich doch nicht etwa an, oder? Nein! Komm schon, was ist los, Meister? Ich habe dich noch nie falsch geleitet. Noch nicht, Mord, noch nicht. Es gefällt mir nicht, dass du mir diese Zeile nicht vorgelesen hast. Und wer weiß, was du mir noch verschwiegen hast, seitdem wir unterwegs sind. Nichts! Ich habe dir alles gesagt. Nun, fast alles, aber nichts sagen wir Gefährliches. Wenn es noch etwas gibt, dann erzähle es mir besser Gleichmord. Meister, im Ernst. Sonst gibt es nichts. Ich würde dir nichts verheimlichen. Ja, und leider können wir mehr Informationen nicht aus Mord heraus quetschen. Wir müssen uns erstmal damit zufrieden geben, dass, was auch immer er da auf unserem Rücken, ja, uns nicht vorgelesen hat in Form dieses Satzes, er uns erstmal nicht erzählen möchte. Das wird im Tagebuch auch ganz gut zusammengefasst. Ich habe Mord mit der zusätzlichen Textzeile auf meinem Rücken konfrontiert, die er vergessen hatte, mir vorzulesen. Er behauptete, sie sei völlig unwichtig und dass er sie mir deshalb nicht vorgelesen hätte. Ich bin sicher, dass er lügt, aber ich weiß noch nicht warum. Und das werden wir natürlich erst später rausfinden, meine lieben Freunde. Wie gesagt, ich halte am Anfang dieser Folge jetzt mal meine Klappe bezüglich gewisser Körperteile, die in gewisse Richtungen zeigen. Entschuldigung, ich habe es trotzdem gesagt. Verdammt. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play Planescape Tournament, wenn wir unseren Weg zurück zu Gleif und Farod finden. Bis dahin. Tschüss.